Moin, hier ist wieder der Schattennase-Weiß, diesmal mit einem Kanal-Update. Ja, es hat sich ein bisschen was getan in meinem Leben. Ich habe jetzt vom Doc die Diagnose, dass ich einen Burnout habe. Und mein Chef hat mich dann auch direkt am nächsten Tag bzw. am gleichen Tag rausgeschmissen. Und zusätzlich stehe ich jetzt auch noch unter Corona-Quarantäne, weil einer von meinen ehemaligen Arbeitskollegen sich das Virus eingefangen hat. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Eigentlich hätte ich jetzt genug Zeit, Videos zu machen, aber der Burnout hindert mich ein bisschen daran. Ja, es kann nur weitergehen. Ich kann nur sagen, es läuft. Ja, nur, dass du Bescheid bist. Ich hatte eigentlich vor, jetzt mehr von den Getränke-Videos zu machen. Ich versuche halt auch irgendwie, also zwei Videos pro Woche werde ich irgendwie schaffen aufzunehmen, trotz Burnout. Aber erwartet einfach nicht zu viel von mir. Ich werde nicht untergehen, dafür habe ich zu gute Freunde. Naja, ich melde mich mit dem nächsten Kanal-Update, wenn es wieder bessere Nachrichten gibt. Danke für alles bis jetzt und wir sehen uns.